Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ja, man hört das vielleicht ein bisschen. Meine Stimme ist ein wenig weg. Ich bin erkältet. Ich hatte vor drei Tagen angefangen aufzunehmen. Drei Parts ja für Freitag, Samstag und Sonntag. Also heute. Heute ist Sonntag. Und ja, ich lag gestern komplett flach mit der Nase dicht. Also Freitag hat das schon angefangen und ich bin echt im Arsch gewesen. Und mir gedacht, nein, bitte nicht. Nicht Sonntag. Das darf nicht sein. Mein Aufnahmetag. Ich will doch Final Fantasy spielen. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber ich bin bestens ausgerüstet und zwar habe ich hier Nasig. Nasenspray. Und Taschentücherzot. Zu trinken natürlich auch viel. Da man ja weiß, man muss immer viel trinken, wenn man krank ist oder kält. Und natürlich, da Sonntag ist, das ist mein Schlickertag. Wie ich esse ja keinen Zucker mehr die ganze Woche über. Nur noch Sonntags. Und dann habe ich mir eine kleine Auswahl an, zeige ich euch auch mal, Monchory. Die Zeit ist ja bald vorbei mit Monchory. Ich habe mir gedacht, da musst du nur noch einmal zugreifen auf jeden Fall. Ich liebe die Dinger. Ein kleines Schoko-Sahnetörtchen. Und dazu gibt es noch ein paar Gummibärchen. Und zwar saure Cola. Und frische. So. Das ist mein Schnickerkram für den Aufnahmemarathon. Wir beginnen mit Final Fantasy X. Ihr wisst, wie es läuft. Ich werde nur am Anfang meinen Moimoin sagen. Von den anderen Parts wird es erstmal nicht kommen. Und ja. Wo sind wir stehen geblieben? Letztes Mal ist seine Kind in die Luft geflogen. Wurde attackiert. Und ja. Ja, wir wurden hier aufgelesen von den Albet. Albet. Und viele Maschinen und so. Gut. Rico steht da schon und wartet auf uns. Deswegen lass uns nicht lang schnacken. Lass uns loslegen. Gut. 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 Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place... ...that I can go back in a day or two. But a thousand years into the future? No way! Whoa, whoa! Oh, uh-huh. Oh, uh-huh. Sin! Sin et, Luca! Etonic! 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 Whoa! Wah! Also das kann doch schon langsam kein Zufall mehr sein, oder was gerade bisher speichern? Dass er gerade ins Wasser geschwört wird und die anderen nicht. Na ja, schauen wir mal. Blitzball! Hey, bist du okay? Hey! 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 'm Die Zanarkennabes. Was Team sagst du wieder? Uh, ich sagte, forgett das. Ich bin zu nahe zu Sin, und mein Kopf ist alles Foggy-like. Also, ich weiß nicht, wo dieser Ort ist, oder sogar wo ich kam. Sinns spricht und hat mit dir, aber du bist noch alive. Praise be to Yevon. Alright, back to practice. I'm Walker, Coach and Captain of the besaved Oryx Brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. So, let's do this. Okay, es läuft. Ich muss mal gucken, ob da die Aufnahme funktioniert. Ich fühle mich, dass ich diese Wacke verraten konnte. So, ich hatte einfach zu fragen. Um, es ist wahr, Zanarkenn wurde zerstört, richtig? A 1000 Jahre vor. So, es ist nur ein großes Pile von Rubel, nicht wahr? A lange Zeit, da waren viele Stadt in Spira. Big Stadt, mit Machina, Machines, um sie zu trainieren. Die Leute spielen alle Tag und die Machina machen. Und dann... ...wähl... 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 ...wählé toma很多 ... ... Cheerios, wie du euch sagst. Wenn du mir fragen bist... ...sins sind 12 September doch partial 않s ... ...wählendes ein paar Verletzungen切ungen für Genturen ankommenste. ... Weil wir sollten also zu über $%...? ...wähl Cape von. ...wählte wir oft zuvor verletzungen. Natürlich muss ich immer ged bonito 중에 씥berungen an charms. Das ist wichtig. Es ist nur so, es iste supposeen wir manchmal zu halten, duume. Es war so, wie Riku sagte. Waka und Riku nicht beide blühen. Warum würden sie? Aber du von den Zanak and Davos, das war ein guter, huh? Hey, ich sage nicht, dass die Team nie existiert, ja? Aber du hast dich, eine Team living in Luxury wie das wäre ziemlich soft, eh? Ich habe das Gefühl, dass Waka versucht, mich aufzunehmen. Aber in der Zeit, all ich dachte war, dass alles, was mir passiert. Alles, das begann mit Sinnen. Vielleicht, wenn ich Sinnen wieder einmal, kann ich nach Hause gehen. Für jetzt, ich würde einfach leben, bis die Zeit kam. Keine Angst, wo oder wann ich war. Natürlich war es schwer, nicht zu denken, nach Hause, aber ich habe schon angefangen, besser zu fühlen. Ein bisschen besser, vielleicht. Toll, ich hoffe, ihr konntet mich wenigstens hören, auch wenn das Ding nach oben war. Oh, wie dämlich. Schon wieder so ein dreckiger Fehler von mir. Ich will kurz gucken, wie schon sehr das ausschlägt, wenn ich das nach oben mache. Hallo, 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 hallo? Ja, nicht besonders weit, aber es funktioniert. Scheiße, Mann! Schon wieder diese Fails. So, heilen müssen wir uns nicht. Wir gehen einfach mal direkt weiter. Weiter! So, der schnellste Weg wäre jetzt nach oben links, aber Waka will hier lang. Waka! Da muss ich mal an Shakira denken. Hier, Waka, Waka, I, I. Dingeling, Ding, Ding. Hier gibt es keine Items. Okay, küschte. Voll geil, oder? Diese Bucht. Voll schön. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen schwimmen. Und ich hoffe, dass mich einige Monster angreifen, denn hier hat man die Möglichkeit, von den Monstern Ability Spheroiden zu bekommen. Diese Ability Spheroiden sind wirklich rar bei mir, da ich ja ständig viel trainiere. Und, ähm, ja. Und wenn man sehr viel trainiert, fehlen einem nachher die Ability Spheroiden. Das glaubt ihr nicht, aber ist wirklich so. Oh, meine Stimme versagt schon wieder. Bats! Komm schon, Ability Spheroiden. Ich brauch viele davon. Kraft und Wunder. Irgendwo hier unten gab es auch noch Items. Ah, das ist doch eine bessere... Ach, das sieht so cool aus. Diese Grafik! Un-fucking-fassbar! So, war da rechts... Ja, ich sehe ja oben links die Karte. Ihr seht ja nur mich da. Ne, da ist nix. Wo sind all die ganzen Monster hin? Ein Hinterhalt! Oh nein, sie greifen zuerst an! Verdammt! Piranhas! Ich überle... Alter! Betreibe man nicht so... Essige Viecher. Vor allem, wie kann er bitte den Ball unter Wasser schmeißen? Das ist... Eigentlich gehen Bälle ja immer nach oben. Ability Spheroiden! Yeah! Davon brauchen wir noch mehr. Ich brauche davon umhin ganz, ganz viele. Da ich schon bald 10 Level für jeden trainieren werde. Das werde ich aber... Meine Stimme. Oh! Heiser sein ist Kacke. Das erkläre ich dann aber, warum ich das mache. Das ist dann nämlich ein bestimmter Grund. Hat mit einer bestimmten Figur zu tun. Nein! Ich bin unter Wasser, die Grafik! Verdammt! Hätte ja klappen können. Attack of Bats! Hätte die gegen... Waka! Waka! Heavy Ball! Wir werden natürlich alle Superwaffen besorgen. Und ein Wunderspheruiden. Ähm... Alle Superwaffen und... Bei Waka bedeutet das dann, dass wir sehr viel Blitzball später spielen müssen. Das kann ich ja schon mal spoilern. Ist aber kein Wunder. Hier, Tidus ist ein Blitzballspieler. Wir haben noch einen Blitzballspieler da. Und wir wollen nach Luca. Da wird ja auch Blitzball gespielt. Hat ja... Hat ja Rico erzählt. Von daher wird es wohl nicht verwunderlich sein, wenn wir Blitzball spielen. Und um an Waka Superwaffe zu kommen und seine Ekstase-Fähigkeiten, müssen wir ganz viel Blitzball zocken. Da könnt ihr mal in der Beschreibung, äh... Gucken. Ich weiß nicht, ich mach da eine Abstimmung. Ne, doch. Doch, ich mach ne Abstimmung dafür. Ob ihr die Blitzballspiele sehen wollt alle, oder ob ich das Offscreen machen soll. Scheiße, nein. Fuck! Außerdem könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wer alles eine Bestie sein will. Bahamut ist schon weg. Und, äh, Walfaris sind weg, die beiden. So, für euch zu wissen. Für, ähm... Kimari und für... Butler Walter. So. So viel kann ich schon mal sagen, Leute. Ähm... Wer möchte, sagt welche Bestie. All the teams in Spira, I'll be there. It's so huge. I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Come on! Come on! Dude! Our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkin had in common. I wasn't too far off, either. This is where I was born. Time seemed right. Time seemed right. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you wanna win the next tournament. Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No, 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 no. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Yeah, man merkt schon, dieses Spiel hat sehr viele Cutscenes. Also, das ist doof, dass wir jetzt aus dem Wasser schon wieder raus sind. Die von Abilities wie Ruinen. Man! Einer allein reicht nicht. Vor allem dauert das nachher Ewigkeiten, bis wir mal vernünftige Gegner haben, die auch welche werfen. Be on guard. There are Fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Oh, ho, ho. About the Crusaders? You can ask them yourself. They got a lodge in their village. Jetzt aber los hier. Ah, falsche Richtung. Die Bürgerwehr. Klingt ja interessant. Ist bestimmt sowas wie die Polizei, oder? Bürgerwehr sagt ja schon alles. Dieses Zeichen. Oh. Man kann sich sogar einen Schlüssel... einen Kettenanhänger kaufen, was mit dem Zeichen zu tun hat. Hier, Final Fantasy 10. Meine Stimme. Meine Stimme. Was ist das, Village? Haben sie da noch Essen? Wir holen dir was vorhin später. Schauen wir uns erst mal. Mal sehen. Der Crusaders Lodge ist über yonder. Luzu in Gata ist meistens da. Oh, das ist mir entfallen. Ich wusste es nicht erst mal, um die Wahrheit zu erzählen. Was macht er da mit seinem Arm? Habt ihr das gesehen? Verdächtige Bewegung. So, nun noch ein bisschen rumlaufen. Bruder, langsamer Zeit. Küste! Erstmal die Kiste einsammeln. Phoenix Feeder halten. Yay! Wir besuchen mal die Häuser. So. Was? Items kaufen. Was hast du denn Schönes? Potion Phoenix Feeder Antidote. Ja, wir haben nur zwei Abilities für ihn. Das ist nix. Vier Handgranaten. Das Menü haben sie richtig schön gemacht. So.